Ja, jetzt sind wir bei der Mittagsmahlzeit. Ich habe da jetzt reingemacht Rinderhack und Flocken. Ich kriege nochmal neue Flocken heute, deswegen sind das die gleichen nochmal von heute Morgen. Dann habe ich hier Lammpansen, Frischkäse, ein rohes Ei und jetzt kommt nochmal dazu der Gemüsebrei. Ich habe nochmal welchen gemacht. So, das kriegen natürlich alle. Das mache ich gleich bei den anderen weiter. Dann gebe ich jetzt Leinöl dazu. So, jetzt ist noch das Leinöl mit drin und wie gesagt der Gemüsebrei. Ich verrühre das alles schön. Zusätzlich mache ich jetzt auch nochmal ein bisschen was rein, dass die alle genug Calcium kriegen. Aber das wird alles nach Gewicht dosiert, das ist nicht so problematisch. Heute gibt es auch noch ein bisschen Bio-Hagebuttenschalen. So, jetzt verrühre ich das Ganze. Jeder kann das machen, wie er möchte. Das sind alles nur so Beispiele und wie jetzt eben diese Welpen hier gefüttert werden. So, und so haben wir das schon soweit fertig. So, komm mal her Kinder. So, wir alle sind zufrieden. Also, ich weiß es nur ein hatten. Ich weiß euch nur noch nicht mehr. Und da gehst mit soup ohne Sp каким line. Und das ist ja nicht nur der Element. Vielen Dank.